Am Donnerstag kommen wir mit dem Schnellestand-Verkehrs-Service Österreichs auf den aktuellen Melleren, Lisa Hau-Wagner. Bitte Vorsicht in Niederösterreich. Auf der A21 Richtung Füßendorf bei Hochstraß steht ein defekter LKW auf der rechten Paarspur der Pannendienstes unterwegs. Oberösterreich, B139 Kremstallstraße, in der Hofmann an der Krems ist die Ferret aufgehoben, die Unfallstelle ist gerannt. Und noch kurz der Blick nach Wien, hier gibt es den Schnellestand-Verkehrs-Service in Richtung Kalkran, zwischen der Sterngasse und der Baustelle beim Lärbeck-Tunnel. Gestern zahlreiche Gewitter im ganzen Land, heute wird es etwas schöner. Sie geschenkt. Das wird eine Spur besser als gestern. Es ist zwar vielorts noch längere Zeit bewölkt und über den Tag verteilt müssen Sie noch mit ein paar Regenschauen und Gewittern rechnen. So vor allem im Salzburger Land, in Oberösterreich, im westlichen Niederösterreich und im Ausseerland. Vor allem am Nachmittag zeigt sich dann aber auch zeitweise die Sonne. Wo ist es am freundlichsten heute? Ganz im Westen, in Vorarlberg und im Tiroler Oberland. Hier bekommen Sie meist sonniges, trockenes Badewetter. Auch im Tiroler Unterland und Osttirol setzt sich noch im Lauf des Vormittags langsam. Es wird schön heute.